Hi. Hey. Hast du im Moment Zeit? Ich wollte mit dir sprechen. Worüber? Setz dich doch neben mich. Dieses Gespräch könnte etwas länger dauern. Ich wollte dich nicht bei deiner Arbeit abhalten. Aber ich muss einfach mal mit dir reden. Wie läuft dein Tag so? Sollen wir eben noch die Dokumente abgleichen? Sehr gut. 17. Hast du Seite 17 schon erledigt? Abgehakt. Sehr gut. Gehen wir weiter. 22. Okay. Und 25. Fein. Perfekt. Und zum Schluss hätte ich noch 31. Das ist dein Stift. Moment, ich gebe dir eins. Ja. Kein Problem. Textmarker. Na ja, habe ich leider Gänster. Ja, das habe ich. Ich gebe dir ein Postel. Ich gebe dir ein Postel. Ja. Ja. Da war ich ein Postel. Okay. gut. Das klingt gut. Weißt du, weißt du, ich habe in letzter Zeit viel an dich gedacht. Ja, gut. Ja, gut. Hast du dann ein Mic dabei? So kann ich dir was geben. Wie ich das meine, das sage ich dir jetzt. Das ist mir. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ich muss wirklich all meinen Mut zusammennehmen. Eigentlich wollte ich dir schon seit einiger Zeit etwas sagen. Aber ich wusste nie, wie ich anfangen soll. Ich versuche mich abzulenken, damit ich... nicht in die Augen schauen muss. Ich habe immer gemerkt, dass ich aufgeregt bin. Wenn ich dich sehe, du bringst mich zum Lächeln. Und dann, weißt du, eigentlich, was ich sagen wollte. Ich habe mich in dich verliebt. Ich weiß, das kommt überraschend. Aber ich konnte es nicht mehr für mich behalten. Und dann, du hast eine besondere Art an dir. Immer freundlich. Immer hilfsbereit. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Lass es erst mal auf dich wirken. Du kannst mir ja nachher deine Meinung dazu sagen. Hör mir einfach nur zu. Darf ich meine Hand auf deine legen? Und jedes Mal, wenn du lachst, schlägt mein Herz ein bisschen schneller. Schau mich an. Kannst du mich sehen? Die Gefühle, die ich für dich habe. Ich hoffe, du willst dasselbe. Aber egal was passiert, ich wollte einfach ehrlich zu dir sein. Darf ich deine Hand teilen? Ich möchte einfach diesen Moment mit dir teilen. Fühlst du das, diese Verbindung zwischen uns? Ich verstehe, wenn du Zeit brauchst. Um darüber nachzudenken. Es ist viel auf einfache. Egal wie du dich entscheidest. Ich bin froh, dass ich ehrlich zu dir war. Ich sollte dich jetzt nicht weiter aufhalten. Ich bin froh, dass ich es endlich loswerden konnte. Wir können später weiterreden. Wenn du möchtest. Danke, dass du mir zugehört hast. Bis später. Danke, dass du diese ASMR-Erfahrung gehört hast. Denke daran, dass Ehrlichkeit und Offenheit wichtige Teile jeder Beziehung sind. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin froh, das ist mein YouTube Community. Ciao. Musik 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 Musik